Kurzes Spiel. Bereit? Was das? Sehr gut. Und das? Genau. Nicht Deutschland. Aber was zum Gurkenbob ist eigentlich das? Offensichtlich eine Insel mit Orten wie Wegen der habe ich gekündigt. Und Pyramiden? Spitzbergen heißt der Fleck und ist so ein bisschen special. Die Insel befindet sich über dem Polarkreis, was bedeutet, dass es dort im Sommer vier Monate ununterbrochen hell und im Winter vier Monate stockfinster ist. Dann bringe ich halt meine fucking 40 Katzen mit, damit es im Winter wenigstens kurzerlich ist. Nope, ist verboten. Und für Hunde brauchst du eine Sondergenehmigung. Wofür du keine Sondergenehmigung brauchst, ist von einem Eisbären gefressen zu werden. Die Regierung empfiehlt deshalb beim Spazierengehen eine Waffe mit sich zu führen. Oder halt irgendetwas, was dich vor Eisbären schützen könnte. Was auch immer das sein soll. Vielleicht ein Hosentaschen-Klimawandel. Spitzbergen gehört offiziell zu Norwegen, ist aber ein visafreier Raum. Wenn du Bock hast, könntest du heute deine Sachen packen und dorthin ziehen. Einfach so. Wer will mit mir dahin? Ich werde sicherlich irgendwann mal hingucken. Einfach, weil es der nördlichste Punkt auf der Erde ist, wo ich mir ein Hotelzimmer buchen kann. Deshalb schönes Plus wegmachen.